Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Lava Video. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, keine große Folge von Scum, keine Sorge, ich mache nur, während ich hier mit euch quatsche, mein Gärtchen wieder fertig, das ist komplett gestorben und möchte mit euch über ein paar kleine Themen reden, die mich persönlich bedrücken, kann man fast sagen, oder bewegen, dieses Video zu machen. Und zwar ist es einmal das Scheitern des Kanals, das muss ich einfach so betiteln und warum ab und zu keine Videos kommen, was ist mit Timmy los, etc. So, ich habe gerade Spinat eingepflanzt, warte mal, hier stimmt was nicht, doch noch zweimal Spinat, dann Sammelsamen und ja, was alles noch so in Zukunft geplant ist und was mich alles so stört. Da seid ihr natürlich mit im Boot, ihr seid die absoluten Helden für mich als Kommentarschreiber, was Kritik und Lob und Ideen betrifft, denn der Kanal, der soll auf jeden Fall ein bisschen weiter leben noch. Also, ich will jetzt nicht aufhören mit YouTube, denn ihr merkt bestimmt, seit den letzten Monaten oder sogar Jahren schon, dass ab und zu immer lange Pausen entstehen zwischen den Videos und manchmal kommt gar nichts mehr, kein Lebenszeichen. Und mittlerweile passiert es so, dass mittlerweile keiner mehr nachfragt. Früher wurde immer gefragt, was ist los, da ist ein Ort mal dir, machen sich Sorgen um dich. Mittlerweile fragt schon keiner mehr, weil das mittlerweile schon Routine geworden ist. Mich persönlich macht das sehr traurig, nicht, dass ihr nicht nachfragt, dass ich dann so langsam bin, was die Informationsweitergabe betrifft, euch zu informieren, was ist jetzt los, warum kommen keine Videos. Manchmal gibt es auch gar keine Antwort darauf, aber ich bin dann halt eher zu feige und verstecke mich in so einer Situation lieber und mache dann irgendwann wieder Videos. Aber dieses Mal möchte ich ein bisschen genauer auf alles eingehen. Gut, ich habe jetzt Möhren gepflanzt, das war wichtig, dann pflücke ich erstmal die nächsten weg. Da ist nämlich Kohl, dann kann ich ihn kaputt machen. So, gut, ja, das allererste ist der finanzielle Rahmen. Jetzt kommt kein Affiliate Link, kein Garnis, keine Spenden, keine Sorge, das ist sowieso gar nicht drin. Denn wie ihr ja wisst, bin ich in der Privatinsolvenz. Das ist sehr peinlich für mich persönlich, rede ich auch sehr ungerne drüber, muss ich aber und möchte ich auch gerne, weil auch der YouTube-Kanal natürlich davon betroffen ist. Warte, muss ich ein bisschen hart sagen, ich liege auf dem Boden. Das Ganze ist seit letzten Dezember, also relativ fast schon ein Jahr, drei Jahre muss ich das Ganze machen. Und, ja, das läuft ganz gut, ne, das läuft ganz gut. Ich kriege halt mein Geld, was ich darf, auf mein P-Konto. Man hat da so ein extra Konto für. Das ist ein altes Konto, wird in so ein P-Konto umgewandelt, dass das nicht gefendet werden kann, etc. Und ist das aufgebraucht, das Geld, ne, oder muss man da viel zu viel bezahlen, dann, ja, hat man einfach gar nichts mehr. Ob man den verhungert oder nicht, ist jedem egal, denn in der Privatinsolvenz ist man ja relativ selber schuld, man hat es ja auch selber eingeleitet. Gekommen ist das Ganze so, dass ich natürlich nach der Scheidung meine Schulden alle übernommen habe. Also auch die von meiner Ex-Frau waren ja unsere, aber ich habe einfach alle übernommen. Sie ist sozusagen schuldenfrei raus und ich habe dann den ganzen Kreditkram und so mitgenommen. Wurde dann über die Jahre alles ein bisschen viel und ein bisschen heftig. Ich war auch nicht gut in Mathematik, was das betrifft und musste dann zum Schuldnerberater, um aus der Nummer rauszukommen. Das Ganze ist dann in Insolvenz gelandet und da bin ich jetzt drin. Muss dann jetzt einfach nur noch warten und brav sein. Leider kommen trotzdem noch Versicherungen fürs Auto. Da habe ich heute mal die Vollkasko gekündigt. Leider geht das erst um den 1.01. des Jahres. Das habe ich natürlich dann verpasst. Und was weiß ich nicht alles. Alles, was man nicht braucht, muss weg. Sonst kommst du in Teufelsküche. Du kommst nicht aus der Hölle raus, weil du dann alles schon wieder abgibst, was du noch bekommst. Denn von dem Geld, was ich ja bekomme, ist ja mein Gehalt, geht es was dann Insolvenzberater und ich muss weiterhin Unterhalt zahlen. Da bleibt nicht mehr viel für Timi übrig. Deswegen hatte ich diesen Monat etwas Ärger mit dem Internet. Aber das habe ich geklärt. Gut, dann ist es natürlich auch so eine psychische Sache. Das setzt einen schon unter Druck. Da kommt, keine Ahnung, am 10. noch ein Brief, Stromnachzahlung. Und du kannst das nicht bezahlen. Da sind die Gott sei Dank so nett und lassen einen da in Frieden. Und man kann das Ende des Monats dann bezahlen, wenn dann Geld kommt. Aber das fehlt dann ja auch wieder. Weil man bekommt keine externen Eingnahmen. YouTube, Twitch und alles Mögliche, mit dem ich hier Geld verdienen könnte. YouTube überweist mir monatlich Geld, also mein Netzwerk. Das ist auch kein Problem. Aber das landet nicht auf meinem Konto. Das landet auf so einem separaten Konto. Das kann ich nicht ausgeben. Das geht leider flöten, sozusagen. Das gehört mir zwar und wird zurückgehalten. Das heißt also, ich verdiene nichts an YouTube-Videos. Wenn ich jetzt auch noch ein Spendling hätte, dann würde ich auch davon nichts bekommen. Also leider, so wie es so ist, funktioniert das leider nicht. Ich habe mich nie abgehalten davon, weiter Videos zu machen, denn ich mache das Ganze aus Spaß und der Freude. Und da möchte ich aber zu dem Punkt kommen, dass der Kanal gescheitert ist. Dafür habe ich was vorbereitet. Und zwar den Kanal. Wenn wir da auf den Meer gehen, dann sehen wir mal, hallo, schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Das muss ich auch mal wieder aktualisieren. Wie alt bin ich denn hier? 41. Ich bin ja aber mittlerweile 42. Scroll mal ein bisschen runter. Besteht mein Kanal seit dem 13.02.2011. Also da habe ich 13 Spiele gegründet, aber noch keine Videos gemacht. Und man sieht, ich habe 10 Millionen Aufrufe. 10,6 Millionen Aufrufe auf alle Videos. Und das sind 8.767 Stück insgesamt. Das sind die Abonnenten dazu. Viel zu wenig für so viel Zeit und so viel Aufwand. Wenn ich dann auf Kanal anpassen gehe, da können wir mal ein bisschen was schauen. Wie zum Beispiel bei Analysik. Dürfen wir alles zeigen. Mittlerweile ist alles safe. Da seht ihr mal, was man so verdient. Ich habe jetzt ja weniger Videos gemacht. Da ist das allgemein weniger. Da kann man aber auch, wenn man will, seit Erstellung drücken. Dann sieht man, was man so insgesamt verdient hat mit dem YouTube-Kanal. Lies sich ganz gut, aber überleg mal, wie viele Jahre das sind. Wiedergabezeit 2 Millionen. Das hört sich krass an, in den Stunden. 10,6 Millionen Aufrufen, habe ich gerade gesagt. Aber das hier ist rein technisch einfach eine Katastrophe. Also ein absolut nicht sich lohnender YouTube-Kanal. Ich gehe wieder weiter einpflanzen. Jetzt habe ich 4. Und sammle die Nummer 5. Äh, pflanze die Nummer 5. Ich habe alle Pflanzen eingepflanzt, die es in Scum gibt. Gut, ähm, Projekte, die ich immer so gemacht habe. Denn wo ich mit YouTube angefangen habe, waren Let's Plays mega im Kommen. Und alle haben Let's Plays geliebt. Jetzt sind, ähm, ja, so Videos von irgendwelchen Hampelmännern viel beliebter. Die, äh, sich gegenseinander zoffen. Oder die einfach, ich keine Ahnung was, äh, Alufolie in die Mikrowelle machen. Und, ja, das ist natürlich, ähm, viel angesagter Stuff als, äh, was, was ich hier mache mit meinem blöden Scum. Und dann auch noch so unregelmäßig. Da macht das natürlich nicht viel Sinn. Da rege ich mich auch nicht drüber auf. Schuld, das ist Kopfsalat, perfekt. Ähm, Schuld ist nicht der Zuschauer. Schuld bin ich, weil ich mich nicht angepasst habe. Aber man hat ja auch mit den ganzen Jahren einfach nie den Erfolg gehabt. Die Abonnenten stiegen nie. Es blieb immer irgendwie stehen auf einer Stelle für Monate. Dann ging's wieder ein bisschen höher, blieb wieder für Monate stehen. Dann ging's wieder höher, bleibt wieder für Monate stehen. Und das ist natürlich so eine Sache, die schwer demotiviert. Da hören viele Leute auf. Ich hab nie aufgehört mit YouTube. Ich hab immer weitergemacht. Ähm, auch wenn's, wie gesagt, Pausen immer zwischenzeitlich gab. Und, äh, ja. Die waren aber nie halt so lange, dass ihr jetzt sagt, ich fang neu an oder so, ne. Projekte nie richtig ganz zu Ende gemacht. Passiert auch mal. Ähm, hab mich auch immer geärgert. Stört mich dann persönlich auch, wenn ich ein Projekt nicht zu Ende führe. Aber ich glaub, da muss man sich einfach mit abfinden. Bei so einem kleinen Hobby-Youtuber wie bei mir. Ähm, ja. Das dazu. Dann, die langen Pausen. Ähm, die entstehen, sind eher so, ich komm von der Arbeit, bin super müde, leg mich schlafen. Sag, einen Tag mach ich kein Video. Und am nächsten Tag wach ich auf. Und sagst du, boah, hast gestern kein Video gemacht. Mach heute auch keins. Und dann passiert manchmal, dass du eine ganze Woche keine Videos machst. Und das stört mich dann auch. Das ist so ein innerer Druck, den man hat, Videos zu machen. Genau wie dieses Video jetzt zu machen. Um euch das mal so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, das ist so eine Sache, die einen wirklich als Content-Creator, Influencer, so ein Scheiß, den gab's damals gar nicht, wo ich den Kanal gegründet habe. Die Wörter gab's nicht. Ähm, ja. Ich stör mich dann, wenn ich dann keine Videos mache. Weil ich das Gefühl hab, ähm, Leute warten da drauf, ne? Bei den paar Abonnenten, die wir haben. Ähm, es sind super tolle Zuschauer, die ich hab, weiß ich. Äh, ich kann mich auf die Völlerpulle verlassen. Ich könnte rein technisch ein Jahr kein Video machen. Und wenn ich dann wieder eins mach, wird es sich sogar gefreut, dass ich wieder da bin. Da freu ich mich natürlich auch mega drüber. Aber wie gesagt, das ist ja nicht Sinn und Zweck von so einem YouTube-Kanal, ne? Damit reich werden, hab ich ja schon seit langem aufgegeben. Das ist sowieso nicht drin. Und, ähm, so richtig Fame werden mit so einem Kanal kannst du nur, wenn du investierst, ne? Da musst du richtig investieren. Oder halt den richtigen Riecher haben. Den hast du mit Gameplays, aber leider nicht mehr heutzutage. Und ich werd Gameplay-YouTuber bleiben. Ich würd gerne live, also irgendwie draußen was machen. Aber was soll ich machen noch? Die machen ja schon alles auf YouTube. Jetzt kommt noch dazu, dass TikTok dazugekommen ist. Vor Ewigkeiten sozusagen schon. Dann, ähm, diese ganzen anderen Seiten, wo man Videos postet. Kurzvideos. Alles drum und dran. Und das geht mir richtig auf den Sack. Da wird jeder Lappen, hat da eine Million Likes innerhalb von 20 Minuten geführt. Keine Ahnung, davon funktionieren die Systeme anders. Mit, ähm, 22.500 Abonnenten auf YouTube bist du eigentlich schon eine gute, eine gute Geschichte für die. Ähm, das schaffst du auf TikTok innerhalb von zwei Tagen. Ähm, aber das liegt aber auch wahrscheinlich an dem System, ne? Und, äh, da kriegen die so viele Likes. Mein Sohn hat einen TikTok-Kanal. Der postet irgendwas. Und da hat der dann ruckzuck 20.000 Likes drauf. Dann denkst du, wie machen die das bloß? Weil man das immer mit YouTube verknüpft. Hat aber mit YouTube gar nichts zu tun. Ähm, YouTube ist eine viel kritischere, ähm, Plattform für Zuschauer als so ein, ähm, ja. So ein lächerliches TikTok, was sowieso relativ unsicher ist, äh, vom Herkunftsland her, ne? Wo man weiß ja nie, ob das bleibt. Gut, das dazu. Ähm, dann habe ich lange Pausen gemacht. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen zurückgezogen. Ich wohne in meiner Bude, die relativ klein ist, also ein Zimmerbude, ähm, weil ich damals geflüchtet bin nach der Scheidung, ähm, äh, super alleine, weit weg von alle. Ne, weit nicht, aber schon etwas weiter weg von alle. Und, ja, hab mich dazu entschlossen jedenfalls. Das war meine eigene Entscheidung. Und, ähm, ja, da sitze ich dann auch ganz gerne mal alleine für zwei, drei, vier Wochen rum, ohne mich um jemanden zu kümmern oder umgekehrt, ne? Da wird auch sich um mich nicht gekümmert. Ist auch schön. Ich liebe Einsamkeit. Das mochte ich schon immer. Ähm, hat mir auch gut gefallen bis hierhin. Wird auch so bleiben. Gut, das dazu nochmal, ne? Aber das Ganze, ähm, ist, glaube ich, nicht so gesund. Ich ziehe mich zu dolle zurück. Und das ist tatsächlich eher, ja, fast schon eine Art Depression, die man hat, ne? Will ich gar nicht so gerne sagen wollen. Aber es wirkt ja schon von der ganzen Symptomatik her, also Symptome, schon nach einer kleinen Depression, wo ich mich aber immer sehr gut draußen boxen kann, ne? Also, dass ich mich dann aufraffe und dann ein bisschen was unternehme und was tue. Gut, äh, das dazu. Ähm, das sagt man natürlich ja nicht gerne, wenn man Videos nicht macht. Da gibt man lieber gerne anderen Sachen die Schuld. Aber die Wirklichkeit sieht halt so aus, dass ich dann im Bett rumliege, Filme gucke und esse und schlafe und Filme gucke und das war's. Mehr tue ich dann nicht. Ich kümmere mich um nichts. Außer meiner Arbeit, die gehe ich natürlich nach. Im Urlaub war das ziemlich genauso. Da war ich ein paar Mal bei meinen Eltern, hab da ja Essen gekocht und gegrillt. Hab mich gesabbert. Und, ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen aufgerafft ab und zu, um noch ein bisschen am Leben teilzunehmen. Ähm, weil ich sonst wirklich nur arbeiten gehe und hier rumgammel, ne? Und das war's. YouTube hilft mir da sehr, einfach nur aus, ja, der Hinsicht, dass ich, dass ich was mit jemandem teile und mit der Zuschauerschaft und, ähm, mich sozusagen unterhalte. Wenn ich das nicht mache, rede ich auch gar nicht hier in der Bude, logisch, mit wem auch. Und, ähm, ja, das ist natürlich auch immer angenehm und tut auch gut. Ne, jetzt das Video zum Beispiel, äh, tut sehr gut, muss ich sagen. Ich denke, bin gespannt auf eure Kommentare, was das betrifft. Da ist sehr viel Ehrlichkeit dabei, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt keine diagnostizierte Depression, aber die Symptome passen schon ganz gut zu mir. Mit den, ähm, Einkapseln und alleine bleiben wollen. Sich, ähm, nicht um viele Dinge kümmern. Und man muss halt ein paar Sachen machen. Das mache ich Gott sei Dank, sonst würde ich hier noch schlimmer sitzen. Aber, wie gesagt, nur das dazu. Damit ihr, dann machen wir da mal ein Tschutschig, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, mir geht's gut, ne? Keine Sorge. Bin auch nicht traurig. Ähm, aber wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Liebe Worte helfen da immer ganz gut. So, wie gesagt, da kommt der Account, der 321 Spiele, ähm, Kanal, der ist, der ist hinüber. Ne, also aus denen werde ich nix mehr schaffen. Ne, ich werde da nicht groß mit rauskommen. Ich werde, ähm, ich werde da jetzt kein großes Projekt mehr hinkriegen. Ich habe Scum relativ gut und groß kriegt. Tatsächlich als Projekt. Aber das Spiel hat nie so durchgestartet. Hätte mir damals wirklich ganz schön helfen können. Aber ist halt so, ne. Äh, die Leute wollen auch keine eine Stunde Videos gucken. Äh, wie jemand hier zum Beispiel ein Blumenbeet, ähm, erntet. Aber das ist ja nur der Hintergrund des Videos, ne. Mehr ist es ja nicht. Ähm, zum Quatschen. Gut, Livestreams. Ein Punkt ist, äh, der Livestream. Ähm, ich habe Livestreams sehr, sehr gerne. Ne, hab ich nicht gerade eins da gepflanzt. Äh, Livestreams machen unheimlich viel Spaß. Leider stehe ich auf irgendwem seine Abschlussliste. Und, ähm, ich, äh, habe auch keine Lust darauf, äh, wenn ich streame, immer wieder Pizzaboten abzuwimmeln. Oder sogar gar die Polizei in der Bude stehen zu haben. Dementsprechend, ähm, habe ich da so eine Art und Weise Abneigung gegen entwickelt, äh, Streams zu starten. Und, ähm, ja, eher eine Art Angst. Und da haben die Menschen dann halt völlig gewonnen. Denn ich komme aus der Nummer nicht raus. Egal, was ich mache. Denn die werden das immer und immer wieder machen. Ne, das ist jetzt vorbei mit Stream sozusagen. Denn ich werde das einfach nicht schaffen, die los zu werden. Werde ich jetzt streamen, kann ich meine Ruhe haben. Aber irgendwann stehen schon wieder die Schubus vor der Tür. Das ist blöd. Und macht so keinen Spaß. Also, bedankt euch, was das betrifft, bei diesen Menschen. So, Pflanzen wollte ich eigentlich entfernen. So, was für ihn eigentlich richtig toll war. Äh, die Interaktion mit den Zuschauern war super. Und alles live hat echt Spaß gemacht. Aber das hat leider so nicht geklappt. So, bubub. Erstmal mache ich die Fünste in den Toten. Dann kommen wieder neue rein. Der sieht mal, was für eine Arbeit das ist. So ein blöd, das Blumenbeet zu machen, ne? Ach, da war auch noch eine im Schattenstand, die Schlampenpflanze. So. So. Ah, sie ist eine sehr gute Gärtnerin, die Steffi. Ja, was haben wir jetzt abgequatscht? Also, das Privatleben. Ich bin Single, lebe alleine. Aber bin relativ zufrieden damit. Und plane dementsprechend auch gar nichts. Weil das mir im Augenblick so am besten passt. Ne? Ich denke, jeder Psychologe wird sagen, treff dich mit Freunden. Aber, ich habe gar keine. Also, ich habe Arbeitskollegen. Aber Arbeitskollegen sind keine Freunde in dem Sinne. Das weiß man ja. Und, äh, so richtige Freunde habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe noch meinen Cousin, den Tino. Aber der geht ja selber arbeiten. Hat seine Freundin und 19 Kinder, glaube ich. Aber wenn er das hört, meckert er wieder. Aber, ähm, wie gesagt, da ist nichts drin. Ähm, da wird mir wahrscheinlich jeder Psychologe sagen, du brauchst Freunde. Aber, das ist halt nicht so. Gut. Ähm, ich bin gerne Einzelgänger. Früher war ich nicht so. Jetzt bin ich immer so geworden. Ähm, ja. Das dazu. Der YouTube-Kanal selber. Ähm, der wird weiter gespeist mit Videos. Ich würde mich freuen, wenn er wachsen würde. Aber ich erwarte mittlerweile gar nichts mehr. Äh, was das betrifft. Und, ähm, ja. Unterstützen könnt ihr mich weiterhin. Wenn ihr ein paar Ideen habt, wie man mich unterstützen kann. Aber es gibt keine Donation-Dings. Paypal ist mit in der Insolvenz. Heißt, kein Paypal-Konto. Das vermisse ich sehr. Weil Paypal echt geil war. Ähm, und das ist leider in der Insolvenz. Und da darf ich nichts mit machen. Ich habe ein aktives Konto, wo ich Geld einzahlen könnte. Das auch benutzen kann. Aber ich kann nichts empfangen von außerhalb. So in dem Sinne, dass man dann eine Spende erhalten kann. Oder sowas. Das geht nicht. Vielleicht ein Freundeslink oder sowas. Aber das werde ich bestimmt nicht machen. Ne? Nur das zur Info. Äh, ja. Was habe ich denn noch gehabt? Ja, gesundheitlich. Ich bin mittlerweile 42. Und, ähm, fühle mich so wie, ja, wie so eine gute 20, würde ich sagen. Also ich fühle mich gut. Ich bin gesund. Mir geht's gut. Ähm, man merkt schon ein bisschen den Rücken. Ne? Und so, wenn man länger mal schläft, so, dann, ja, dauert es so ein bisschen länger, bis die Knochen warm werden. Aber immer noch geht's mir gut. Und ich bleib jung. Das ist das Schöne daran. Meine Haare werden auch bald wieder abgemacht. Die habe ich jetzt nur, weil die Sonne so brettert. Und ich mir nicht am Einsatzort ständig Sonnencreme draufschmieren kann. Deswegen, ich, weil ich hatte so einen heftigen Sonnenbrand auf dem Glatze. Das war absolut unschön. Oh, guck mal, wie viel Garten wir schon geschafft haben. Wahnsinn. Gut. Ja, das zu dem Timmy. Jetzt hat er mich besser kennengelernt. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn mein Computer kaputt geht. Ich kann mir keinen neuen kaufen. Unmöglich. Ist nicht möglich. Äh, und, ja, wenn überhaupt irgendwas kaputt geht. Mein Auto kaputt geht, irgendwas kaputt geht. Ähm, dann stehe ich auf dem Schlauch. Ne, ich habe einen Job, habe ich natürlich noch. Den ist das auch egal, ob man in den Insolvenz ist oder nicht. Aber das ist halt trotzdem ein blödes Gefühl. Gut, ich würde jetzt noch mehr quatschen wollen, weil der Garten noch ganz schön lange dauert. Aber wir können ja auch nicht so lange machen jetzt hier, ne. Das wird ja mal, wie langweilig das Gärtnern in Skam ist. Und deswegen mache ich es nie in Videos. Wir können den Rest hier, ich habe keinen Bock, das reinzusortieren. Nein, einmal reinschauen. Gut, perfekt. Ich brauche immer nur zwei. Weil in den einen drei Samen sind. Und, zap, zap, zap. So, dann wollte ich gerade nur meinen Sky mal starten. Das startet auch, aber ich kriege kein Bild. Kennt einer das? Weiß einer das Problem, wie man das löst? Das ist sehr ärgerlich. So. Ja, der Server, der Tyrell, der hat 30 Euro gespendet. Der hat den diesen Monat an Leben gehalten. Weiß nicht, ob er das überhaupt gesagt haben wollte, aber er hat es nicht geschrieben, dass es geheim ist. Die Spende kam schon vor einer Ewigkeit gefühlt. Ganze entfernen. Und hier muss ich wieder, ihr seht diesen Spaß, den ich hier immer habe, wenn ich das mache. Vor allem den hier, das einpflanzen. Warum das so lange dauert, weiß ich gar nicht. Aber es funktioniert. Aber auf jeden Fall, der Server, der wird gehalten. Der hat auch noch eine ordentliche Laufzeit jetzt. Also den Monat auf jeden Fall noch. Und da ist ja ein Spenden-Link mit Individus mit drin. Da könnt ihr dann drauf spenden. Das kommt nicht auf mein Konto, das kommt direkt auf G-Portal und ist dann weg. Da kann ich es nicht abholen von oder benutzen. Nur für Scum oder anderen Servern. So, guck mal, wir haben schon 64.000. Ja, mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich wüsste jetzt nicht wirklich mehr, weil ich auch ganz schön müde bin. Obwohl ich nicht so eine anstrengende Geschichte hatte. Also schreibt in den Kommentaren, was ihr euch gerne wünscht von dem Kanal. Vielleicht habt ihr ein paar coole Ideen, die ich auch umsetzen kann. Und, ähm, wieso, wie euch, was würdet ihr machen? An meiner Stelle zum Beispiel. Das würde mich auf jeden Fall neugierig machen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.